Also unser Sortiment umfasst jetzt über 40 Brände und Liköre. Angefangen von unserem klassischen Osttiroler, dem Pregler, über viele Klassiker wie dem Abfloss im Eichenfass oder Williamsbirne, bis hin zu vielen Spezialgeschichten wie ein Enzian, ein Meisterwurz. Wir haben sortenreine Brände, sowohl bei den Äpfeln als auch bei den Birnen. Und da ist es uns halt auch sehr wichtig, nur heimisches Obst zu verarbeiten. Wir decken unseren Fruchtbedarf über 90 Prozent mit Früchten vom eigenen Hof beziehungsweise Getreide von den eigenen Feldern beziehungsweise von Partnerbetrieben. Viele andere Brennereien kaufen ja das Obst eigentlich nur zu. Und wir sind doch sehr stolz darauf, dass wir eben so einen überwiegenden Teil selbstamt waren.